Ja, herzlich willkommen zu deiner Folge FischCopTV. Hier ist euer FischCop und wir spielen weiter Tormentum. Letzte Folge waren wir hier beim Magier und dann haben wir irgendwie so einen Toten herbeigerufen und das war der komische Suppenkastler aus dem Schloss. Und wir haben uns entschieden, den nicht zu befragen und ich weiß immer noch nicht, ob das falsch war. Vielleicht war das falsch, aber ich weiß es nicht. Ich war immer so nett, jetzt wollte ich mal nicht nett sein. Okay, können wir mal hier, hier sind wir bei dem komischen Nebel, ihr erinnert euch. Und jetzt können wir hier das Pulver auskippen. Oh, der Hans-Joachim ist tot. Naja, auf jeden Fall hat das Pulver hier irgendwie jetzt hier mal den Nebel weggemacht. Der ist tot, er ist tot. Seine Verwundungen waren doch tödlich. Oh, das ist traurig. Hier ist irgendein Viech drin. Fast alle sind tot, aber ich habe überlebt. Der Fisch bot mir Runterschlupf. Willst du wissen, was passiert ist? Erst kam der Nebel auf. Er lehmte alle. Danach erschienen im Nebel die Ritter, die Tod und Verderben brachten. Ja, das wusste ich schon. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Komisches Viech im Loch. Ich würde gerne Sachen aufsammeln, aber ich kann hier meine Sachen nicht aufsammeln. Er ist tot. Ja, jetzt geht es hier nach links oder zum Schloss. Ich würde gerne, ich würde, glaube ich, gerne erstmal nach links gehen. Kathedrale heißt das, nicht Schloss. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei ganz andere Sachen. So, auf dem Felsen aufgespießt. Ja, das passiert. In den besten Haushalten. Passiert sowas. Heute wird der Wind mit Trauer. Hörst du das Rauschen? Hier spielt sich eine große Schlacht ab, spielte sich. Oh shit, der Vogel. Du erkennst ihn anhand seiner großen stattlichen Flügel. Sicherlich hat er uns für eine Handvoll Eier verkauft. Zum Glück haben wir es geschafft, ihn zu verletzen. Er kann nicht weit sein. Krass, das war der dumme Vogel, dem ich das Ei nicht gegeben habe. Erinnert ihr euch? Oh oh. Okay, hier haben wir irgendwas. Ist das hier das hier? Nee, ne? Das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ich glaube, das ist irgendwas. Hm, ich kann dieses Element nicht umstellen. Ich glaube, dass hier noch eine Platte fehlt. Immer dieses Fehlen. Weißt du, immer dieses Hier scheint irgendwas zu fehlen. Ich glaube, hier fehlt noch irgendwas. Kann man hier nach links? Nein, aber man kann da oben. Und das finden wir sehr gut. Oh, hier brennt irgendwas. Ja, hallo? Das Feuer hat alles in der Umgebung verschlungen. Das ist traurig. Eines Nachts kam in unserem Lager ein geflügeltes Wesen. Es bat uns, ihn Unterschlupf zu gewähren, was wir auch taten. Wie du aber siehst, erwies es sich als hinterlistiger Verräter, da er den lebenden Nebel in der Nacht verbreitete. Er hat uns sicherlich für eine Handvoll Eier verkauft. Diese fliegenden Kreaturen haben eine Schwäche für diese Eier. Finde ihn bitte. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen. Er ist verletzt. So kann er nicht weit gekommen sein. Okay. Die Tasten dieses Instruments haben Bezeichnungen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Zeig doch mal. Geht nicht. Oh, da ist... Nee, da ist das... Da ist das Echsenviech. Sei erneut gegrüßt, Freund. Eine kurze Zeit später, nachdem du mir die Krone gegeben hast, hat man mich um Hilfe gebeten. Ich sollte die eisigen Tränen von den Angreifern aus dem Schloss beschützen. Die Kronen waren aber nutzlos. Ich sollte übernatürliche Kräfte bekommen. Was aber nur ein leeres Versprechen war. Die Legenden haben uns verspottet. Woher sollte ich das denn wissen? Wir alle machen Fehler. Jo, Exi. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Da hätte ich die Krone auch behalten können, wa? Jo, da hinten kann ich auch nichts machen. Es ist... Man kann hier so wenig... Ich hab hier... Weißt du? Ich... Ich brauche auch mal Sachen in meiner Tasche. Die ist die ganze Zeit super leer. Ich kann hier auch nirgendwo mehr hin. Jo, nee. Ich hab schon mit dir geredet. Ich hab das schon verstanden, was du gesagt hast. Du Arsch. So, jetzt muss ich zurück. Ja, es war toll hier. Also, ich brauche hier noch so eine Platte. Das nutzen wir nix. Dann gehen wir heute zur Kathedrale. Und dann machen wir Sachen. Hallo, Kathedrale. So, du willst hier irgendwas von mir. Oh, shit. Okay, gibt's zwei davon? Ja. Okay. Dann... Haben wir hier... Rundes Auge. Ah, das war doch richtig. Warte mal. Kann man hier... Rundes Auge. Rundes Auge. Das ist richtig. Das ist richtig. Äh... So. Und... Die Figur beginnt zu beben. Geil. Okay. Noch eins. Ähm... Eher schlitzigeres Auge. Äh... Komische lustige Nase. Und... Äh... Mund. Ist das das? Münd... Münd... Mündchen? Mündroni? Nee, das hier, ne? Okay. Er schlitzige Augen. Und... Dies... Ist das falsch? Das sind die falschen Augen. Jetzt. Yes. Dafür hätte ich aber nicht unbedingt die Zeichnung gebraucht. Man hätte einfach rumprobieren können. Liegt hier irgendwas? Kann ich nach links oder nach rechts? Ist ganz wichtige... Ganz wichtige Themen. Wenn man dieses Spiel spielt, Leute. Ohohoho. Ein eigenartiges Gebäude. Ja, ist jetzt nicht uneigenartig. Aber jetzt sind hier richtig viele Bilder. Menschen, die zur Kathedrale eilen. Okay. Sie erzählen eine Geschichte. Schutt und Asche nach einem Brand. Da, 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 da. Ich sehe hier eine Gestalt mit einer Sense. Es ist der Tod. Das Porträt eines kranken Unglücksrauben. Was? Als Unglücksrauben? Auf diesem Gemälde sieht man Skelette auf dem Wagen. Ja, ist okay. Was haben wir hier noch? Ein verzerrtes und fürchterliches Gesicht. Ähm. Eine Gestalt mit Flügeln. Das ist, ist es nicht Tyrion, 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 Tyrion in Anders. Was haben wir hier noch? Als ob der Himmel mit dem Erdbogen verbunden wäre. Naja, sah nicht ganz so aus. Aber, ne, jedem das eine. Eine seltsame Konstruktion. Ich habe das Gefühl, da werden wir noch irgendwas mit machen. Unten sehe ich eine kleine Gestalt, die auf etwas Monumentales blickt. Was ist das? Hm. Hier sieht man Menschen durch ein Tor schreiten. Gut. Hatten wir das schon? Ja. Da wird auf etwas Monumentales geschaut. Noch mehr Bilder, echt? Was willst du denn von mir? Nicht die Krone macht den König, sondern sein Herz. Ein König muss sein Herz für alle geöffnet halten, um Hoffnung auf ein besseres Morgen zu offenbaren. Hoffnung ist kein Traum, sondern die Art und Weise, Träume in Realität umzuwandeln. Wenn ein König sich für andere öffnet, dann werden auch die Geheimnisse seiner Krone sich ihm offenbaren. Blablabla. Ja, die Bilder sind bestimmt total interessant. Kadaver eines Tieres. Wir haben verkappte Gestalten. Was heißt eigentlich verkappt? Wir haben ein mir unbekanntes Wesen. Er scheint zu schreien. Ja, also ich suche eigentlich eine Scheibe oder so. Oh shit. Was zur Hölle ist das so? Okay, und du? Huh. Schau, Kätzchen. Wir haben unerwarteten Besuch. Und das auch noch. Und das auch noch. Einen sehr gerissenen, da unser Besucher die Kunst des Dechiffrierens kennt. Wenn du schon einmal hier bist, dann kannst du mir ja sagen, was er neu ist außerhalb. Was es Neues außerhalb der Kathedrale gibt. Wir sind selten außerhalb unserer Mauern. Das Dorf ist so schön. Ich sehe, dass der Bau dieser Kathedrale vor Jahren sich als gute Idee herausgestellt hat. Du hast dein Gedächtnis verloren und denkst, dass die Überlebung der Figur auf dem Hügel dir hilft, es wieder zu erlangen. Ich danke, dass du mit dieser Annahme sehr falsch liegst. Die meisten, die hier hinkommen, suchen die Erlösung von ihren Sünden. Die Figur zieht Menschen an, die ein tief verwurzeltes Bewusstsein des Bösen haben. Du meinst, du seist anders. Ich bin einer der wenigen, denen es gelungen ist, das Tor in der Skulptur zu überschreiten. Kaum einer glaubt aber an meine Erzählung. Die meisten denken, ich sei irre. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich habe dafür einen hohen Preis gezahlt. Mein Augenlicht. Trotz alledem versuche ich bis heute in meinen Gemälen das zu erfassen, was ich damals gesehen habe. Ich will, dass sie eine Warnung sind für solche wie du. Der Übergang zur anderen Seite ist nichts Gutes, glaube mir. Mich hat meine Neugier zugrunde gerechtet. So oder so müsstest du über ein Schwert aus Sternenerz verfügen, um diesen Durchgang zu öffnen. Ich habe mein Schwert vor langer Zeit in der Erde vergraben. Kätzchen, erderst du dich noch, wo das genau war? Ach stimmt. Damals warst du ja noch nicht auf der Welt. Und Kätzchen, helfen wir ihm? Wenn meine Gemälde und meine Erzählung dich nicht abschrecken, dann kann ich dich in keiner Weise aufhalten. Ich könnte dir eine Skizze des Schwertes anfertigen, welches dir das Tor in der Skulptur öffnen würde. Das Sternenerz musst du aber selber finden. Bevor ich dir aber helfe, würde ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nimm dieses Werkzeug. Es dient der Restaurierung von Gemälen. Repariere bitte 30 Gemälde, denn der Zahn der Zeit beginnt langsam an ihnen zu lagen. Im Gegenzug, für die getane Arbeit, fertige ich eine Skizze des Sternenschwertes für dich an. What? What? Sieht nach viel Arbeit aus. Ja, soll ich jetzt jedes... Wenn du bereit bist, wird meine Katze dir den Weg zu dem Gemälde zeigen, die einer Renovierung bedürft. Holy shit! Oh! Die Katze kann reden. Die Katze kann reden. Hör nicht auf diesen alten Töpel. Wozu solltest du dir so viel Mühe geben, um diese Schmierereien zu entstauen? Ich zeige dir lieber, hätte welchen der Gemälde sich Fetzen der Skizze des Sternenschwertes befinden. Schau auf die Wand. Ich habe sie dir mit der Foto gekennzeichnet. Aha! Eine Kleinigkeit noch. Um an diese Fetzen zu kommen, wirst du die Gemälde zerschneiden müssen. Aber dieser Verlust ist nicht der Rede wert. Ich lasse dir hier ein paar Messer. Zögere nicht, sie zu verwenden. Diese alte Irre wird so oder so nichts merken. Er ist komplett blind und dazu auch fast taub. Ähm, ja, also. Hier, geschaltet die am Fuß, das gibt ja Schäde. Das Ding ist... Jetzt, glaube ich, will ich wieder nett sein. Weißt du? Ich werde das jetzt machen, Leute. Ich ziehe das jetzt durch. Ich werde jetzt... 30 Gemälde sauer machen. Da, 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 da. Das macht Spaß, das macht Laune. So viel Arbeit. Sollen wir dabei ein Lied singen? Wir singen das... Wir singen zusammen das Lied. Ähm... Dass ich gelernt habe von einem Mönch, der lebte, äh, in einer Tankstelle. Ähm, 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 ähm... Ähm... In Bukarest. Ähm, ich habe ihn gefragt, warum, warum wohnst du hier? Und er hat gesagt, ähm... Ja, der, äh... Ja, der Pächter hat es bisher nicht gemerkt. Und dann habe ich es nicht so weit zum Tanken... War ein komischer Mönch. Naja, auf jeden Fall hat er mir ein Lied beigebracht. Das ging so. Hop... 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 Hoppipoms, ja, Hoppultipoms. Wir putzen Bilder. Das ist schön. Hoppipoms, ja, Hoppultipoms. Er macht's jetzt echt... Äh, wirklich. Hoppipoms, ja, Hoppultip... Weiß nicht, soll ich das schneiden? Nee, ne? Ihr wollt ja sehen. Ihr wollt ja sehen, wie fleißig ich bin, ne? Ey, wenn ich dafür nicht die Hand bräuchte, ne? Dann würde ich euch jetzt was auf der Gitarre singen. Spielen. Was auch Besseres. Dieses Hoppipoms Lied war ja nicht so geil, ne? Die Katze ist ja irgendwie auch nicht so gut drauf, ne? Achso, warte mal. Die Messer nehmen wir natürlich trotzdem mit. Die nehmen wir natürlich trotzdem mit. Aber ich werde sie nicht zum Schneiden der Gemälde nutzen. So, hier ist, glaube ich, alles sauber. Können wir hier irgendwo weitergehen? Hallo? Ah, hier. Hoppipoms, die Hoppultipoms. Wir schneiden die Bilder, Hoppipoms. Ähm, hier wäre noch was gewesen. Ey, das dauert ja Stunden, ne? Das dauert ja echt Stunden, ne? Ey, es sind aber nur noch 10. Wer sich sowas ausdenkt. Wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich das total... Fände ich das voll geil. Das Spiel ist ja eh so entspannt. Und dann könntest du hier so ganz in Ruhe so... La, la, la. La, la, la. Das mache ich auch noch sauber. Also mache ich ja sowieso auch, wenn ich aufnehme, ne? Aber dann denke ich immer, okay, wollen die das... Wollen die das sehen, wie ich die ganze Zeit nur so komische Knöpfe drücke? Nein, das ist nicht. Man weiß es nicht. Aber jetzt ist er gleich vorbei. Und das Gute an YouTube ist ja, ihr könnt einfach weiter drücken. Ihr könnt ja einfach weiter... Skippen hier. Bis zum Ende der ganzen, ähm... Saubermach-Aktion hier. Das ist doch gut. So, warte mal. Hier waren wir ja schon. Hier gehen wir da rein. Wo haben wir hier noch Bilder, oder was? Hier noch. Okay. Hier machen wir auch noch ein paar sauber. Sowas. Und hier nochmal. Oh Gott, wie nett wir sind, ne? Wir sind so unglaublich nett. So das große hier noch. Okay, zack. Ich habe alle 30 Gemälde restauriert, so wie der Maler mich gebeten hat. Zeit, die Belohnung abzuholen. Yes. Ich spüre... Ich weiß nicht mehr, wie seine Stimme war, aber ich mache sie mal anders. Ich spüre, dass meine Gemälde aussehen, als ob sie frisch gemalt wären. Das ist unglaublich. Kätzchen, sage mir, wie dir meine Gemälde gefallen. Meine Katze ist auch sehr zufrieden mit deiner Leistung. Du hast deine Belohnung verdient. Ich skizziere dir das Bild des Schwertes, welches ich noch im Gedächtnis habe. Wenn du schon dorthin gehen musst, dann passe wenigstens auf dich auf. So. Ich wünsche dir viel Erfolg. Sei achtsam. Und Katze? Du Dummkopf, vorzu die Mühe. Du hättest sofort die Skizze klauen können und es käme auf das Gleiche hinaus. Er hört uns so oder so nicht. Er ist doch fast taub. Wow. Das ist eine Kack-Katze. Wie wahrscheinlich alle Katze. Nein. Das ist einfach keine nette Katze. Das ist eine Arschkatze. Kann sie aber auch nichts führen. Sie wurde so geboren. Ich würde wahnsinnig gerne... Ich würde wahnsinnig gerne hier noch Sachen finden. Vielleicht. Nee, ich... Dorthin kann ich nicht mehr zurückkehren. Oh, okay. Aber das ist gut. Weil dann heißt es, dass wir da nichts mehr finden können. Und das ist gut. Das ist gut zu fessen. Ihr kennt ja auch meine Einstellung dazu. Okay. Das heißt, warte mal. Wir haben jetzt... Warte mal. Wir haben jetzt die Skizze. Warte mal. Ist die Skizze hier drin oder was? Ach, hier ist die Skizze. Okay. Jetzt brauchen wir noch Sternenzeug. Die Platte haben wir immer noch nicht. Das nützt mir nichts. Ja, weiß ich nicht. Gehen wir zum Schmied oder was? Es ist der... Es ist... Es ist der Punkt gekommen. Es ist der Punkt gekommen. Wo ich gerade nicht mehr so ganz automatisch war, der weiß. Ähm... Hallo, Schmied. Hallo. Ich sehe, du hast bereits... Wie hat er gesprungen? Ich sehe, du hast bereits das Skizze des Schwertes. Zum Schmieden brauche ich aber noch das Sternenerz. Suche in der Kapelle westlich der Kathedrale. Ja, toll. Aber dafür brauche ich die komische Platte. Ich brauche dafür die Platte. Wo ist diese Platte? Ich weiß nicht, wo die Platte ist. Habe ich hier irgendwas... Oh. Ha. Du Kacknacken. K, K. Wir begegnen uns also wieder. K, K. Wisst du, dass wenn du mir damals das Ei gegeben hättest, alles einen anderen Lauf genommen hätte? K, K. Ich müsste mich nicht dem Schloss verkaufen. Das ist alles deine Schuld. K, K. K, K. Jetzt bitte ich dich nur noch, um mich in Ruhe sterben zu lassen. K, K. 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 Ich war Zeuge dessen, wie kleine Begierden zu großen Tragödien führen. Ohne viel Zeit zu verlieren, begab ich mich zu dem zerstörten Dorf, um das Ergebnis meiner Suche zu berichten. Hast du den geflügelten Verräter gefunden? Hm, soll ich sein Versteck preisgeben oder schweigen, um somit diesen Unglücksvogel zu schützen? Ähm, ach, come on. Hervorragend! Bevor er den Geist abgibt, wird er für seine Sünden bezahlen. Ich habe auch einen Hinweis für dich. Deinen weiteren Weg zeigt dir Musik auf. Okay. Also ich habe ihn verraten, weil ich eine Pätze bin. Und weil er ein Arsch war. Ja, nur wegen seiner Eiersucht. Digga. Ja, keep clean. Das ist eine Art Notenblatt. Ich versuche das mal zu spielen. Ach du Scheiße. Ah ne, ja. Okay, das ist verkehrt rum. Aber ich bin ja so schlau, ne? Den. Den. Oh Gott. So viel müssen wir spielen davon, alter. Den. Den. Oh. Ähm. Worte. Worte. Den. 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 Oh Gott. Den. Okay, und jetzt die zweite Strophe. Ähm. Den. Ähm. Den. Ähm. Muss ich das so richtig schnell hintereinander spielen? Ne, ne? Den. 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 Ich hab's ja alle gespielt. Ach, ich muss die. Oh ne. Ich muss die so rumspielen. Wie rum denn jetzt? ich muss die so rumspielen. Wie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Und wir finden es auch erst in der nächsten Folge raus, Leute. Vielen Dank bisher fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ist das okay für euch? Für mich ist es sehr okay. Ich freue mich drauf. Das war der Fischkopf. Bis dann. Und tschüss.